Ich dachte, es genügt einen Helden in der Familie zu haben. Ich bin nur nicht dein Wunder, sondern dein Vorgesetzter. Mein Vater konnte ich dich schätzen, das kann ich nicht. Darum hab ich dich niemals gebeten. Hab ich vergessen zu salutieren, Herr Lordnard? Du bringst dich wieder. Versprich es. Versprich es. Das Mädchen bleibt bei ihr auf Antwort und muss ich die Sache geben. Das ist aber fair. Bist du verrückt? Dann nimm die Zigarette runter! Wie sind Sie so geworden? Man widersteht der Versuchung menschlich zu sein. Wie haben Sie es so lange überlebt? Wir! Hörst du, Männer! Man hofft, dass es den Leben anerwischt. Weiß ich es vorher nicht. Nur eins. Keiner bleibt was als. Du bist klein, bist du nur eine beschissene Schande für die Kumpelner, sondern auch für deinen Bruder. Hey, komm mal jemand. Du bist der Einzige, dass ich die Freunde nicht mehr erfolge. Ich will das schon. Schöne vain! Peter! Sie, Sie, Sie! Sie, Sie, Sie! Sie, Sie! Ich will bitte doch noch was aus dir holen. Dafür? Dafür! Haben sich schon viele getötet? Du tötest, bevor sie dich töten, das ist alles. Hallo. Wenn du in vier Wochen noch lebst, dann kannst du mir deinen Namen nennen. Ich wollte mich fürs Wintersemester einschreiben, gell? Ich kann nicht sterben. Mir wird nichts passieren. Gut für dich. Vielleicht solltest du besser das Sommersemester werden. Wirst du? Mir wird nichts passieren, Friedhelm. Und wenn wir überhaupt rausgehen, dann verrückt. Gut. Ich dachte, er wäre gut. Dann soll das so sein. Wieso trägt er einen? Halt einfach die Schnauze! Du stellst mir nicht. Siehst du, ich hatte Rechnen. Pass auf dich auf. Ich hab gebeten. Lass er ihn zurückbringen. Friedhelm! Was ist mit dir? Der Krieg ist verloren. Du machst doch keinen Sinn! Es gibt keinen Sinn! Du bist ein Arschloch, weiß er nicht. Als er dich damals zusammengeschlagen hat. Das war richtig so. Warum so? Du musst Du was nicht hin. Ich hab dich im Stich gelassen. Oohh... Oha-oohhh 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 Naja Eins Zwei Ich hatte euch. Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Guter Soldat ist meistens feige und gelegentlich mutig. Auf Rätheim brauchen wir nicht zu warten. Dann sind Sie kein guter Soldat. Gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Untertitelung des ZDF, 2020